Tag Leute und willkommen zu diesem Video. Heute mit dabei bin ich von Herane, sondern heute ist mal der Nitreax dabei. Hi. Und wir werden heute mal YouTuber an ihren Intro erkennen. Und ja, wir, also vielleicht kennen ja manche noch das Format, wir haben es ja lange nicht mehr gemacht. Da haben wir halt immer fünf YouTuber jeder. Und wir haben drei Tipps auch. Also jeder kann sich halt drei Tipps geben lassen. Und wir erraten halt einfach, wem das Intro gehört, von welchem YouTuber. Und ich würde sagen, Nitreax, willst du anfangen? Jo, ich fang an. Ich würde sagen, wir fangen vom einfachsten an und werden dann, also wir nehmen dann immer schwerere, okay? Ja. Okay, ich spiel's dann jetzt ab. Hä? Was ist das? Okay. Fertig? Ja. Hä, das war doch kein Intro. Doch, doch, ich glaube, ich kenne das sogar. Das ist von Feuerwehr Daniel, oder? Nein. Was? Keine Ahnung. Äh. Soll ich es mal weiter abspielen? Ja, ich spiel's mal zu Ende ab. Okay. Bibi's Beauty Palette. Okay, ja. Hast du's gehört? Ja, hab ich schon gehört. Okay, das hätte ich aber niemals erkannt. Nein. Achso, was ich vergessen hab, wir haben immer nur einen Versuch, das zu erraten. Also, oder wollen wir sagen zwei Versuche? Ne, ein Versuch. Ein Versuch. Ja, also wir haben einen Versuch, das zu erraten. Ich hab ja gesagt, weil wir Daniel, aber, äh... Also das Intro war schon wirklich einfach. Wie konntest du's nicht erraten? Hä, da waren Fotogeräusche. Wer denkt da mal Fotogeräusche an Bibi? Ja, äh, guck dir das mal an. Ich werd's euch ja einblenden, ihr werdet's ja sehen, was da passiert. Egal, es steht, äh, 0 zu 0. Und ich such mal, äh, ich zeig dir mal an der Nächste ist. Okay, Nitriax, ich würd sagen, ich mach mal meins an. Also du solltest es eigentlich auch erkennen. Es ist eins der leichteren Sorte. Und okay, ich mach mal an. Ja, äh... Also wenn's... wenn ich... wenn du mich nicht komplett verarschst, dann ist es dein altes Intro. Äh... wie hier heißen der YouTuber? Brosmovies1. Richtig! Ja, das war mein altes Intro. Da hieß ich Brosmovies. Das hatte ich nämlich früher als Intro halt so, als ich noch anders hieß. Das ist aber auch schon ein Jahr oder so her. Ich hab gedacht, vielleicht weißt du es so nicht mehr, aber eigentlich... Eigentlich war's klar, aber war ja das Leichteste, was ich hab. Auf jeden Fall steht dann jetzt 1 zu 0 für Nitriax. Und ich würd sagen, mach mal dein nächstes an. Bereit? Ja. Ja, Rewi. Okay, das war relativ einfach. Also steht es dann jetzt 1 zu 1. Wie Tipps haben wir? 2, oder? Ja, wir haben insgesamt 2 Tipps. Okay, ich hab mal mein nächstes. Ja, mein nächstes. Den solltest du eigentlich auch erkennen. Musik hat, kann ja jeder haben. Ähm, ich nehm da nen Tipp. Das hat was mit unserem MSA-Referat zu tun. Also mir fallen 2 ein. Einer von beiden ist es, oder? Bestimmt. Muss, muss, ja. Aber, ähm, ist es ein Serverbesitzer, sag ich schon mal jetzt? Oder war? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sag mal SkyGuy. Nee, es war Destoys. Ich hab mich versprochen. Ja, 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 ja. Nee, war Destoys. Aber warst knapp dran. Ja. Ja. 1 zu 1. Okay. Warte, das war jetzt mein zweites Intro, dein drittes jetzt, ne? Jo. Ja, okay. Äh, das war's? Ja. Also wenn ich jetzt weitermachen würde, der würde dann direkt anfangen zu reden. Mhm. Ja, gemeint ist. Da brauche ich meinen ersten Tipp. Äh, also News-YouTuber. Okay, äh, also Herr Newstime weiß ich auf jeden Fall, hat ein anderes Intro. Und Mr. Trashback gucke ich voll lange nicht mehr. Äh, ich sag dann, äh, es gibt glaube ich keinen anderen. Ich sag Mr. Trashback. Es war LeFloid. Hä, der hat ein Intro? Ja. Okay, dann mache ich mal meinen, äh, nächsten an, meinen dritten. Äh. Ja, ist ein mega langsamer. Das klingt auf jeden Fall krass nach einem PvP-YouTuber. Äh, joa. Also man weiß es nicht, ne? Das kann auch natürlich ein, äh, ein Beauty-YouTuber sein, ne? Ganz klar. Ja, Bibi, vor allem man hat doch so diese Minecraft-Teleportation gehört. Ja, egal. Ja, was meinst du? Ich muss mal kurz googeln. Nee. Nicht googeln. Haben wir auch Telefon-Joker? Äh, nee. Das wäre eigentlich echt voll die coole Idee, wenn man so einen Telefon-Joker hätte, aber... Wie, wer soll das denn wissen? Ja, eigentlich schon. Das ist ja nicht so allgemeinbildung. Also, sag mal einen Tipp, ja. Okay, dann ist dein letzter Tipp, äh, der... Ja, komm mir jetzt nicht mit, der macht PvP-Videos. Ja, nee, 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 ich mache schon einen guten Tipp. Hm, keine Ahnung, warte, der... Okay, äh, ich weiß einen Tipp. Der hat was mit Bäumen zu tun. Oh. Ja, um, Tee, eigentlich hast du den Namen schon verraten, oder? Ich würde sagen, Baumrot. Mann, ja, ich habe keine Ahnung, wie man das... Er hat was mit Bäumen zu tun, also das steht in seinem Namen. Ja, ich weiß nicht. Äh, man... Es gibt ja gar keinen Tipp. Nein, also so Minecraft-Youtuber-Pvp. Ja, baumlau war's. Eins in zwei. Hättest du auch gleich sagen können, ja, der heißt Baum-Blau. Ja, egal. Keine Ahnung, egal, dann weiß ich's halt. Okay, wie viel steht? Zwei zwei oder zwei eins? Eins zwei, also für dich zwei eins. Okay. Ja, ich mache dann meinen nächsten an. Ich, 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 äh... Warte, dein wievielter ist das jetzt? Mein vierter. Okay, äh... Oh, ich glaube, ich weiß das, aber ich... Nee, ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt verkacke, das ist... Ich glaube, ich bin da dran. Kannst du dir einen Tipp nehmen? Mm-mm. Ich nehme den beim letzten Tipp lieber. Also, ich sage, es ist Mr.Wissen2go. Ja, richtig. Okay, okay, ja. Ich habe jetzt überlegt, ob es doch noch einen anderen Wissen-Tuber gibt. Irgendwie dieser, äh, Wissen... Mr. Dr. Allwissend, oder? Ja, oder irgendwie so ein... Keine Ahnung, wie der hieß. Auf jeden Fall steht es jetzt 2 zu 2 und, ähm... Ja, ich würde sagen... Warte, ist noch Werbung. Okay, also, sie... Es schaltet auf jeden Fall Werbung. Okay, ich habe ihn und, äh... Ja, ich mache ihn mal einfach an. Ah, jo, Leute. Ah, mal kurz googeln. Nee. Wer hat ein komisches Intro. Ich würde sagen, das ist Erwive. Ja, das ist Erwive. Ja, aber du hast es erkannt, weil er gesagt hat, oder? Na, ich habe am Ende so eine Stimme gehört, noch so, yo. Ja, ich habe das Wissen verkackt. Egal. Der hat so eine Stimme, die erkennt man einfach irgendwie. Egal, das ist auf jeden Fall Erwive. 2 zu 3. Jo, der Tipp. Ich würde mal sagen, mach mal deinen letzten an. Also, mein letztes wird relativ schwer. Deswegen hättest du ja eigentlich den Tipp sparen sollen. Ah, nee, du hast ja den Tipp gespart. Ja, ich habe den Tipp noch. Okay, also, ich glaube, du wirst den benutzen müssen. Was kommt jetzt? Bist du bereit? Ja, machen. Hey. Willkommen zurück, Mike. Ja, ich habe den Tipp. Ich habe es wirklich schon gewusst. Ich gucke die jeden Tag, das ist Galileo, das weiß ich. Hä? Hä? Das weiß man noch. Und das sind doch keine YouTuber. Aber die haben einen YouTube-Kanal. Ja, okay. Ja, ja. Also, ja, das ist Galileo, aber ich habe es wirklich schon erkannt, bevor die das gesagt haben. Guck die aber auch jeden Tag. Ja. Also, es fehlt es noch als Punkt, weil ich habe es ja wirklich schon davor gewusst. Ähm, brauchst du noch einen Tipp eigentlich? Ja, sag mal, noch einen Tipp. Also, ein Moderator von denen heißt Ayman Abdallah. Das ist Galileo, 3 zu 3. Äh, easy. Willkommen zurück bei Galileo. Dann mache ich mal meinen letzten an. Ach, du hast noch einen? Ja. Ich kann noch gewinnen. Ja, ja, doch, du kannst noch gewinnen. Also, eigentlich sagst du so, nee, weil eigentlich kann man das nicht erraten. Doch, kann man. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, mache ich meinen letzten an, obwohl der ist eigentlich schon schwer. Also, ich glaube nicht, dass du den da gehst. Egal, ich mache ihn dann dran. Oh, du hättest es lassen können. Ach so, das ist ein Mädchen. Äh, nee. Nee, ist das nicht. Äh, nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Benutzt einfach so Musik, die kann halt jeder benutzen. Und ich gucke gar keinen YouTube und so, also so. Ja, es ist auch ein schwerer, aber du, ich glaube, also du kennst die Person, aber du, ich glaube, du hast den noch nie gesehen. Okay, also ich nehme dann einfach deinen Tipp, den gibst du mir jetzt, weil du hast den ja nicht benutzt. Ich brauche noch, ich brauche noch ein bisschen Überlegungszeit. Nochmal kurz, dauern, so eine Minute. Ich könnte halt jetzt irgendjemandem sagen, weil ich habe gar keine Idee, wer das sein könnte. So, lück mal aus, lück's mal auf. Ja, es war McDonough. Aber egal, auf jeden Fall war es McDonough. Steht 3 zu 3. Okay, ich würde sagen, weil es das Gleichstand ist, machen wir, dass wir noch beide einen zeigen. Äh, sozusagen jetzt ein Bonus-Intro nochmal. Okay, Tee. Okay, machen. Bitte abhüm. Äh, es könnte ABK sein. Ja, ABK. 4 zu 3, okay, die solltest du eigentlich erkennen, das, ja, mal schauen, ja, äh, das war's dann auch schon, oh, das ist ne Fernsehserie, man weiß es nicht, kennen die halt, aber alle, man kennt halt alle so, ne, ja, was sagst du, welche Serie ist es, das ist ne RTL-Serie, Verdachtsfälle, ne, es war, hilf mir, junger Pelle verzweifelt, ne, ja, ne, 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 es war, hilf mir, junger Pelle verzweifelt, und damit würde ich sagen, ich hab mich versprochen wieder, also ja, das war's dann, ich hab gewonnen mit 4 zu 3, und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch beim Nidrax vorbeischauen, ich werde es im Kanal meiner Verschreibung verlinken, ja, ich mach eh keine Videos, und lasst immer ein Like da, wenn ihr wollt, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.